Ihr müsst mich nicht darauf aufmerksam machen. Ich weiß, dass es spät ist. Das stinkt. Denn ich habe eine Uhr direkt vor meiner Nase. Aber dieser verdammte Hexer ist einfach so spannend. Was ich hier? Hm. Es sieht aus, dass ich mit diesen Idioten habe. Okay, dann prob ich die mal zu killen. Haha, ein guter. Lass mich rein. So, worum ich jetzt rein kann. Na, guck mal. Haha. Haha. Zwei im Schlüssel. Für das selber Haus. Geil. Na, was hat der Gute denn alles so zu Hause? Da ist mein Päckchen. Da ist mein Päckchen. Wat? Oder ist das ein anderes? Ne. Okay. Da habe ich jedenfalls 100 Teil gerade gefunden. Hm. Goldener Ring. Geil. Meht. Ja, da hat er noch mehr Bestimmungen, was super interessant ist. Das ist gar nicht zu Hause, der Typ. Da kommt ja vorher nichts hier. Hm. Schade. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir ihn vielleicht persönlich hier antreffen. Aber gut. Dann gehe ich wieder. Ich war da nie drin. Wie ist das Haus? Das da? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Falsche Waffe, mein Freund. Hier heißt. Da ist mir die Hälfte der Energie verloren, deswegen. Oh ja, geil. Die können mich stunnen. Ich liebe ja stunnen so sehr. Oh, direkt zwei miteinander. Mann. Das ist ja fair. Oh, was geht wieder los, Leute? Der Bullshit. Oh Gott. Oh Gott. Oh, stunning, stunning Gegner. So schön. So fair. Man kann so viel machen. Leck mich am Arsch. Der Stun hört auf. Eine Sekunde später. Stun geht weiter. Oh. Der hat aber nichts Schönes hier. Nur den Ring will ich haben. Und das. Der Rest ist nicht von Interesse. So. Und tschüss. So. Dann probieren wir das noch mal. Fernes wird hier rausgeschrieben. Das ist halt ein Nom. Ja, erstmal stunnen. Der vier Sekunden ungefähr anhält. Vier, fünf Sekunden. Und das direkt zwei miteinander. That's fair enough. Ja, komm. Ja, komm. Ah, das ist schnell. Gut. Die Geister hat kaputt. Das wollte ich auch gerade sagen. Unsere, wahrscheinlich Kaninchen sind. Hat ein bisschen ausgerastet. Hä, hätten mir auch die Schweinchen sagen können. Ich wurde auch ein bisschen überrascht von den Viechern hier. Ich sehe übrigens nichts. Ich bin tot gleich, weil ich nichts sehe. Ah. Nice one. Wo ich gerade gespeichert habe. Ey, du bist echt richtig genutzt, Dreck. Wenn du nicht schon mit gezogener Waffe in so einen Raum kommst. Weil Gerard erst mal fünf Jahre brauchen so einen Scheiß. Sein Schwerter aus der Scheide zu ziehen. Äh. Scheide gesagt. Woh, 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 woh. Ich will mir gucken mal vor, was gleich irgendwie festgeschrieben wird. Woh. 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 Jetzt sehen wir, wir sind zu krank. Ich bin auch leider nur halb voll, wenn ich da reinkommen darf. Kann ich den Schild benutzen? das noch mal ja 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 das war nicht leicht aber sie taugt Amphibien jetzt wurde du geliefert als du 4 warst die Tote und Geralt dann gewinnt sagt er nämlich gar nix hat mir nix gebracht hier sehr alter Weiner da ist er ausgelootet ja ja hier sollte ich den Wein holen deswegen hab ich gerade auch noch dem gesucht so pokémon ju machst du gerade ich habe gehört dieses Spiel ist sehr gut mein Talente aber warum alles raushauen hier gut ja ja Hey. So, wo ist der Typ? Mit der Nacht. Der müsste eigentlich hier sein. ich habe ein haus ausgeraubt ich war mitternacht Ich hoffe ihr seid alle über 18 Jahre. Ich kann dir das Durchschnittsalter genau ausrechnen, weil ich eine Umfrage damals gemacht habe. Kanalumfrage eine riesige, mit einer extremen Relevanz. So. Warum kommt der jetzt nicht? Ich bin echt entdeckend. Ich bin echt entdeckend. Ich bin echt entdeckend. Ich hab dich nicht entdeckend. Ich bin echt entdeckend. Ich habe eine Botte, du gehst das Rest für dein Geist. Schnauze, man. Du hast mir eine Aussage gegeben und hast gesagt, du bezahlst mich, wenn du mir alles versäufst. Selber Schuld. Ich kann nicht vertrauen, ein Witcher. Ich kann nicht vertrauen, ein Mensch. Ich kann nicht vertrauen, weil ich ein Hexer bin, weil ich ein Hexer bin. Komm doch mal rüber, Mann, und sag dich zu mir hin, weil ich ein Hexer bin, weil ich ein Hexer bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich doch sowieso gewinne, weil ich ein Hexer bin. Sorry. What? Hm? Okay. wie alt bist du was würdest du denn denken wie alt ich bin viel zu alt ich hoffe der olle gärtner ist trotzdem da ich würde sagen 24 das wäre noch mal schön sagst du nur weil du 24 ich bin 26 ich wusste, dass einer von euch kommen würde, irgendwann hast du es gewonnen gewonnen? ich bin sicher, dass ich gewinnen beware, dass der starker gewonnen spielt wo hast du diese sword bekommen? fünf Jahre vorhin gab es eine Krieg neben Brenner als die Verstattung wurde, unsere Mannschaft hat die Nylf-Gardien wir haben uns zu bezeichnen, dass wir uns eine Imperierliche Provinz diesen Tag hast du die sword bekommen während der Krieg? Ruflich. So, was war uns denn? Das war sie, du bist gestorben. Ich werde nur schwach, wenn die Eltern die Kinder sofort zu wachen, sagen wir immer wieder. Ich bin nicht ganz gut. Spiel wieder. Stimmt auch ein Profi, der Typ, oder? Nö. Geile Musik wieder. Der wird direkt zwei Paar. Schauen wir mal, vielleicht ein Drilling. Oder auch zwei Paar. Ich weiß, ob mein es jetzt besser ist. Ne, ich hab gewonnen. Geile. Next one. Hier wieder Talai. Der hat ja umgecheatet, der Lappen. Wenn ihr euch daran erinnert. Hm. So, aber nicht. Aber ich behaute die sechs einfach mal, bevor ich salve. Ja. Geil. Gewonnen. Warte, er zählte scheinbar nicht als Pro. Alle Wege führen nach Scharni gerade hier. Da will ich noch nicht hin. Stimmt. Kromo. Ja. Warte mal. Warte mal was zu essen. Hör mir gerade ein. Schau, wie sie griffen. Sag mir über... Bring mir ein... Mmh, lecker. Unglaublich, wie ein ehrliches Toil den Appetit kann. Danke, Witcher. Könnte ich im Gegens sogar eine Rose bringen. Du sagst... Während der Krieg habe ich als Mercenary und eine schöne Kitty selbst. Du sagst, was ein Warrior sie war. Was eine Frau. Strong women. Nothing on this earth like them. Too true. We could take on anyone. I saw half the world as a member of Pretty Kitty's core of mercenaries. We even went to Zeracania. That's really far. It was hell. Hot as an oven, and humid as a bathhouse. We massacred the natives while Zeracania massacred us. They have flies there that creep up your nose at night and lay eggs. Then the larvae eat your brain and crawl out your eyes once they mature into flies. Disgusting. Many of us died thus. There were also diseases, venomous spiders and snakes, and many other afflictions I can't even name. I saw even a striped horse. After almost eight months of fighting the jungle, we had to retreat. Impossible to win a war if you can't locate your enemy. It was the only defeat pretty Kitty ever suffered. Interesting story. Thanks. Look how they grow. Yeah. That's right. Cool story, bro. Tell me about your mercy. Bring me a mo- Okay. Noch was zu essen, ey. Here. Here. Put me two out. Hmm. May I ask for roses in exchange? Any specific color? Ähm. Rot. Red. There you are. Wow. Dieser Dialog hier. Hier am Essen. Kann ich eine Rose haben? Kann einer Frau geschenkt werden? Wusste ich doch. Oder verkauft. Gerard muss ja vorbereitet sein im Notfall. Har, har, har. Eine Fell dabei, Hamrich, Leute. Eine Rose kann nicht schaden. Rot natürlich. Gott. Seit wann es weiß eine Farbe? Ach, bitte. Das kommt doch nicht so. Hahaha. Jetzt gehst du auch nicht in den Blumenladen und sagst, ja, ich hätte gern, äh, wenn du fragst, ich hätte gern Rosen und sagst, welche Farbe denn? Was, was willst du denn dann sagen? Ähm, ähm, ähm. Gar keine Farbe. Ich nehm farblos. Das hat doch kein Mensch. Bitte. Ey, Coldwell, wo ist der Lappen? Der hängt doch immer hier ab. Wie so ein Typ. Dann nicht. Was macht ihr eigentlich gerade noch so nebenbei, liebe Leute? Bitte. Wenn der überhaupt noch irgendwas macht. Ich dachte, er ist mein Herz. 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 schwarz sein. Weil weiß ist ja der Zusammenschluss aus allen Farben. Blabla. Aber, I don't give a shit, wie man so schön sagt. Warum ist Coldwell nicht mehr da? Ich denke, die ganze Zeit hängt er hier an diesem Kackladen ab. Ich bin da richtig. Ich weiß nicht. Oh, da ist ein Hühnchen. Ich dachte, jetzt wird ein Köderung mehr. Und dann ist mein Herz. Nö, wo ist denn Fremen? Call Man ist tot. Das ist irgendwie weg. Ah! Ah! Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Weil die Tiere, die Tiere, die Tiere... Wir sind weg. Hm. Dich... Mh-mh-mhh-mh. Nein. Wo heilst du eine Fliese Mandelentzündung aus? Gute Besserung, mein Luther. Stimmt. Davon mal ab. Gute Besserung, mein Luther. Gute Besserung, mein Luther. Gute Besserung. Alles okay! Alles cool, Stadtbar hat auch mal einen gerufen, dann nach 100 Jahren, wenn ich fast fertig war. Ich weiß noch nicht, wo Coltman ist, ne? Da gibt es einen Anführer. Hallo? Ich will aber jetzt wissen, wo der beknackte Coltman ist. Du? Was, ich würde sogar bezahlen? Nee. Such eure Chefin. Niemand hier. Guck ich, ob ich Coltman da eben noch finde. Gibt es doch nicht, da musst du da sein. Ah, das hier. Ich bin Materialist. Das ist gut. Das ist gut. Schade, ich dachte, wir kriegen jetzt einen neuen Eintrag mit ihr. Aber okay. See ya. Okay. Okay.